Odin 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 Einen wunderschönen Da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen Spezial, so wie ihr es im Titel gelesen habt. Die hatten bei Spaß kostet nämlich wieder eine Aktion und da habe ich zugeschlagen Nicht wahr? Tiger liegt hier hoch Diesmal kam ein Paket also nicht so eine Papiertüte also Plastitüte, sondern ein großes Paket Ich habe bestellt Strickjacken und also entweder Strickjacke oder Pullover oder also entweder ist ein Pullover Kapuzenpullover oder Strickjacke und T-Shirts oder Achse Shirt Das war halt nicht so also da war halt nur Kategorie T-Shirt oder Achse Shirt oder und dann beim anderen war halt Pullover oder halt ja konnte man halt nicht auswählen ja, man stand halt nur T-Shirt oder Achse Shirt und beim anderen halt Pullover Kapuzenpullover oder Strickjacke also Man konnte nur die Kategorien wieder auswählen bin ein bisschen nervös weil ich freue mich gerade wie so ein Kind weil es ist ein Überraschungspaket ich weiß nicht was drin ist ich weiß nur dass ich bestellt habe und ich weiß dass ich zweimal das T-Shirt-Paket und zweimal das Pullover-Paket bestellt habe weil ich noch ein paar Pullover brauchte weil ich bis jetzt immer T-Shirt und oben drüber Strickjacke und so und ich habe aber nur drei vernünftige Strickjacken und deswegen hoffe ich dass hier vielleicht ein paar Strickjacken mit bei sind und ja T-Shirt oder Achse Shirts ich hoffe dass heute auch ein paar Achse Shirts noch mit bei sind für den Sommer ja dann packe ich mal aus will ich sagen Achso Kategorie konnte man auswählen ähm äh La Familia äh Spaß hart und heftig oh ich weiß gar nicht was da noch mit bei war ich glaube Arbeit oder so bin mir nicht hundertprozentig sicher und wie gesagt die Kategorien die sind ja halt groß gefasst da ist ja wirklich allerhand drin aber bei La Familia und ich wollte für Josy eigentlich auch bestellen aber das habe ich dann voll untergang das werde ich bei der nächsten Aktion wieder mitmachen äh äh da sind halt nicht so viele Sachen mit bei hier werden auch garantiert Sachen mit bei sein die ich schon habe ja also da bilde ich mir noch Stein weil ich habe aus dem Wikinger Bereich eigentlich damals sehr sehr viel obwohl alle dazu kamen bestellt und geholt so was haben wir denn hier mit bei okay zwei mal fünfer set t shirt oder träger kategorie wikinger drei pullover oder jacken kategorie wikinger also sind zwei fünfer pack t shirt also sind zehn t shirt und zwei dreier packs pullover oder jacken rechnung zeige ich euch nicht weil da steht mein adresse drauf da bin ich mal gespannt was mit bei ist ich sehe schon es sind auch andere farben mit bei fangen wir mal hier oben gleich mit dem ersten an schwarze tarnfarbe so ein bisschen nordmänner Sons of odin Sons of odin das war ich auch schon mal am überlegen zu bestellen ich muss das anders machen mit dem großen karton ich muss den so lang machen so das liegt da ein bisschen besser so nordmänner Sons of odin so schwarze tarnfarbe ja also ich halte euch mal näher ran sieht man hoffentlich so ein bisschen ja und dann ist halt nur der druck hier oben vielleicht sieht man es hinten besser wenn ich es so nah ran halte ja sieht sehr geil aus vor allem mit dem muster gefällt mir gut sind auch wieder verschiedene farben mit bei weil ich selber sage ich euch so wie es ist von mir aus ich bestelle mir ganz ganz selten mal ein t-shirt in einer anderen farbe außer schwarz für mich ist das so was denn immer die möglichkeit mal weil ich weiß ja nicht was ich kriege dass ich da auch mal andere t-shirts kriege andere farben und achsel shirt in weinrot wiking bart club das ist cool das wollte ich sowieso weil ich habe ja diesen wikinger kopf so diesen totenkopf habe ich ja schon in einer anderen art auf t-shirt und auf pullover weil ich finde den totenkopf richtig geil so was haben wir denn hier auch ein hellblaues wieder schön ich habe ja schon ein hellblaues wo heide vorne draufsteht oder heiden oder irgendwas das fällt mir auch sehr gut mit ruhen drauf richtig schön was haben wir denn hier mein glaube mein erbe mein weg mit torshammer und raben auch schön gemacht mit dem code oli01 bekommt ihr da bei spaß kostet und bei nordische welt auch gratis versand meldet euch auf jeden fall für die newsletter an welch spaß kostet und bei nordische welt wenn so eine aktion sind damit ihr dann da auch eine e mail bekommt spaß kostet macht öfters so eine aktion letztens hatten sie mit schlüsselanhänger und so und die hatten auch schon mit bauchtaschen und die haben öfters halt richtig coole aktion ist ja nicht das erste mal dass ich da bestelle das ist ja auch schön wir sehen uns in valhalla mit dem totenkorb mit dem in auge und das ist ein t shirt war doch ja nochmal so sehr schön sehr sehr schön in grau diesmal ja lieber ein wolf odiens als ein lamm gottes das habe ich in schwarz als t shirt jetzt habe ich habe es auch als achsel shirt und ich habe es als pullover der pullover der ist aber der war eine xl glaube ich eine xl ja und ich habe ich ja mehr als ein x und von daher ein graues achsel shirt auch gut schön für das fitnessstudio ragnaröck sieht auch schön aus mit dem fenris wolf und grau rot eine sehr schöne zusammenstellung gefällt mir sehr gut auf achsel shirt habe ich gehofft für das fitnessstudio was haben wir denn noch hier noch ein t shirt ein cremefarbenes ne ein achsel shirt next stop valhalla das passt auch super ah das ist super die farbe hätte ich mir auch alleine nicht getraut zu bestellen das ist halt nordische welt ochtiger mach mal runter hier geh mal weg das ist was auch nordische welt als logo hat da steht auch nordische welt ringsherum schön sehr schön sehr sehr schön seht ihr und so eine farbe würde ich mir selber nie kaufen weg da immer zur feige für bin und irgendwie mal farbe aber wenn ich sie so im paket kaufe wo ich nicht weiß dass da farbe mit bei ist oder welche farbe mit bei ist dann trage ich die auch los Mensch geh doch mal runter kater nicht hier ach man so dicke dinge oh was haben wir denn hier schön oh weiß blau auch eine richtig geile zusammenstellung sons of viking born to be warriors oh das ist eine sehr schöne zusammenstellung weiß blau gefällt mir sehr gut ich habe ja schon schwarz rot und so aber dieses weiß blau hat was hat was und es ist richtig schöne kräftiges blau dann kommen wir nämlich jetzt hier auch bei den t-shirts gleich zum ende so was haben wir hier noch nordmänner nochmal aber mit dem toten kopf und den drei dreiecken das habe ich ja auch auf einigen also den hier unten den hier den habe ich ja auf einigen pullovern da ist ja meistens hier so oder t-shirts ist ja meistens hier so als seitendruck hier jetzt bei dem t-shirt nicht aber sieht sehr gut aus der gefällt mir auch sehr gut ach so habe ich ich habe hier gerade eben so eine wäsche abgenommen ein t-shirt ist es da das ist helmpflicht ist es da vielleicht so ja auf dem ärmel drauf ne bei helmpflicht war es nicht drauf also ich habe ja hier das habe ich gerade von der leine abgenommen das ist für ein helmpflicht das habe ich nämlich hier über dem studio hängt warum weil ich zum nächsten stream anziehen werde so muss ich das mal hier irgendwie obwohl das müsste ja theoretisch noch irgendwie passen jetzt kommen wir zu den kapuzenjacken oder pullovern so hier haben wir einen pullover einen grauen auch nochmal äh nordmänner sons of odin ach hier ist auch diese drei dreiker an der seite sieht ihr das hinten ist auch mittgarts erbe germany coole sache daumen drücken dass da auch strickjacken mit bei sind strickjacken brauche ich nämlich ganz dringend nordmänner sons of odin mit einem wikinger hinten in ja vereinfachter darstellung und die beiden raben hugin und munin und da steht dann halt hier nordmänner sons of odin lacht wenn ich habe zweimal zweimal ein dreier paket bestellt wenn da nicht irgendwo eine steckjacke mit bei wäre mit roten rand und weißen bändern hier nochmal lieber ein wolf odin als ein lamm gottes und hier ich habe ja die spaß kostet macht ja auch mit verschiedenen kapuzen farben und so war die richtig richtig geil finde und auch nordische welt zum beispiel skall mit gelbe kapuze und gelben band richtig geil und ich habe schon eins welche mit roter kapuze in außen schwarz aber in rot und einem roten band sieht richtig schick aus hier haben wir eine schwarze kapuze innen auch nur einen roten akzent so eine linie und das band in weiß und so eine richtig dicke kordel diesmal richtig schick richtig schick coole sache ja die ändern ab und zu mal die machart wie gesagt ich bestelle ja da seit keine ahnung 15 jahren oder so keine ahnung eine jacke habe ich jetzt hier noch oh yes see you in valhalla steht hier vorne drauf und hinten oh ja das habe ich auch schon das habe ich auch schon das bild habe ich auch schon auf einem t-shirt auf einem asatru t-shirt das ist der rabe der den tor sammer trägt da steht vorne asatru drauf da muss ich mal kurz mit meiner dicken wampe muss ich mal gucken ob das passt oder ob ich das offen stehen lassen muss ah innen drin rot kariert sehr schick na komm ich glaube steht metallnippel nicht da ist er nee wie ja die wahr knOL ich habe mir letztens also die letzten jahre keine jacken mehr gekauft weil ich habe ja nur immer pullover oder strickjacke an jetzt kann ich auch t-shirt und jacke anziehen geile sache und noch eine jacke tradition schlägt jeden trend mit dem torsammer das habe ich schon als t-shirt das liebe ich sehr und als strickjacke die strickjacke auch bei der letzten aktion mit bekommen dann ist halt so strickjacke die reißverschluss halt und hier vorne steht tradition steht ihren trend und hinten groß ganz richtig geil sieht richtig schön aus ich zeige euch das mal wirklich klein und dezent grau der torsammer und tradition schlägt jeden trend steht hier vielleicht doch der originalpreis weil die kostet eigentlich richtig geld hinten ist nichts drauf die wollte ich mir mal bestellen aber da hatte ich angst genau wie die die hinter mir ist so ein modell wollte ich mir auch immer bestellen aber da hatte ich angst wegen meinem ja wie mein bauch ehrlich gesagt ach die sind nur mit knöpfen ohne reißverschluss die sind richtig schön locker luftig herrlich schöne dinge schöne dinge da bin ich ja schon happy alleine wegen den jacken und den axels shirt hat sich ja schon mega gelohnt und noch eine dickere jacke sogar eine bomber jacke see you in valhalla auch geil hinten oben drauf hinten groß hat ist die 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 world tour die wicking world tour ja das stehen dann also die daten drauf wo waren sie wo gelandet sind das habe ich das habe ich auch als t-shirt wie als pullover aber den habe ich mir vor etlichen jahren geholt lasst mich überlegen da habe ich noch größe oder l gehabt ich glaube m oder l hatte ich da ja und innen drin mit innen drin mit roten stoff auch so wie die kleine ja habe ich noch wieder jacken ich dachte die meinten kapuzenjacken also strickjacken oder so die meinen jacken hätte ich hätte ich so nicht bestellt jacken für mich weil ich immer angst habe weil ich ja ein bisschen dicker bin dass die nicht passen oder so oder doof sitzen aber gar nicht ich bin zufrieden karton ist leer karton leer odin zufrieden geile sache die weg heute auch anziehen oder die dünne t-shirt und die dünne oder so da weiß ich noch nicht irgendjemand von dem weg heute auch gleich anziehen nachher wenn ich die kleine aus den kinderjarten hole ist ja geil da bin ich ja happy also hätte ich das gewusst hätte ich bei dem jackenpullover jackenpaket vielleicht doch noch mal drei pakete bestellen sollen naja kommt schon wieder so eine aktion deswegen ist man hinterher immer immer erst dass man auch messer hätte man mal doch oder so ja ist ich warte ja noch auf die nächste aktion wenn so eine aktion noch mal kommt da will ich dann für josie wieder mit bestellen weil diesmal hatte josie die kappe geguckt hat sie geguckt die verschiedenen kategorien war sich aber nicht sicher hat sie sagt aber im nächsten mal denn dann schreibe ich halt wieder wenn ich bei dem ende bestellung mache schreibe kann man kann ja immer noch so eine anmerkung machen dann mache ich immer so eine anmerkung beim letzten mal ja wohl für josie mit bestellt habe hochgemacht da mag deine anmerkung t-shirt paket größe l oder m ich weiß gar nicht was wir dafür sie bestellt hatten also ein bisschen locker lockere t-shirts haben wollte ich glaube sie hatte hart und heftig und la familia ausgesucht ich bin mir jetzt nicht mehr sicher damals mag den geschriebenheit bitte keine wo irgendwie mit alkohol drogen oder sonst irgendwas ist also gibt ja hier hoch die tassen und so was alles also lustige sprüche bei bei hart und heftig oder sowieso müssen wir umfallen oder was weiß ich und da hätte geschrieben so hat halt nicht weil es für meine kleine tochter ist so klein ist sie auch nicht mehr die wird jetzt 16 und dann nimmt da nehmen sie dann schon rücksicht das ist schon cool gemacht dass der hätte noch so ein anmerkungstext machen kannst geile sache also ich bin mega zufrieden ich werde euch beide webseiten ach die sind ja sowieso standardmäßig in meiner video beschreibung verlinkt ich werde die man nach oben machen gleich als erste links zu spaß kostet und nordische welt check die mal aus mit odin 01 bekommt da da auch zehn prozent rabatt also wenn der code noch funktioniert der sollte aber noch funktionieren meldet euch ganz dringend meine empfehlung für die newsletter bei spaß kostet und bei nordische welt an dass sie so eine aktion dann nicht verpasst weil wir letztens hatten sie auch wie sagt die ach die haben öfters mal was hier 33 pullover paket unbedruckt kannst du konntest du für einen schmahntaler kaufen oder oder auch hosen kurze hosen hatten sie schon mal und aber so was mit pullover oder t-shirts und so was machen sie öfters das ist das richtig geil das ist richtig geil so aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg den kopf hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat ein däumchen werden träumchen und wir sehen uns beim nächsten mal und bis dahin ahoi seht euer odin